Theodor Storm, Immensee. Der Alte. An einem Spätherbstnachmittag ging ein alter, wohlgekleiderter Mann langsam die Straße hinab. Er schien von einem Spaziergang nach Hause zurückzukehren, denn seine schnallen Schuhe, die einer vorübergegangenen Mode angehörten, waren bestäubt. Den langen Rohrstock mit goldenem Knopf trug er unter dem Arm. Mit seinen dunklen Augen, in welche sich die ganze verlorene Jugend gerettet zu haben schien und welche eigentümlich von den schneeweißen Haaren abstachen, sah er ruhig umher oder in die Stadt hinab, welche im Abendsonnendufte vor ihm lag. Er schien fast ein Fremder, denn von den Vorübergehenden grüßten ihn nur wenige, obgleich mancher unwillkürlich in diese ernsten Augen zu sehen gezwungen wurde. Endlich stand er vor einem hohen Giebelhause still, sah noch einmal in die Stadt hinaus und trat dann in die Haustiede. Bei dem Schall der Türglocke wurde drinnen in der Stube von einem Guckfenster, welches nach der Diede hinausging, der grüne Vorhang weggeschoben und das Gesicht einer alten Frau dahinter sichtbar. Der Mann winkte ihr mit seinem Rohrstock. »Noch kein Licht«, sagte er in einem etwas südlichem Akzent, und die Haushälterin ließ den Vorhang wieder fallen. Der Alte ging nun über die weite Hausdiele, dann durch einen Pesel, wo große Eichschränke mit Porzellanvasen an den Wänden standen. Durch die gegenüberstehende Tür trat er in einen kleinen Flur, von wo aus eine enge Treppe zu den oberen Zimmern des Hinterhauses führte. Er stieg sie langsam hinauf, schloss oben eine Tür auf und trat dann in ein mäßig großes Zimmer. Hier war es heimlich und still. Die eine Wand war fast mit Repositorien und Bücherschränken bedeckt. An der anderen hingen Bilder von Menschen und Gegenden. Vor einem Tische mit grüner Decke, auf dem einzelne aufgeschlagene Bücher umherlagen, stand ein schwerfälliger Lehnstuhl mit rotem Summitkissen. Nachdem der alte Hut und Stock in die Ecke gestellt hatte, setzte er sich in den Lehnstuhl und schien mit gefalteten Händen von seinem Spaziergange auszuruhen. Wie er so saß, wurde es allmählich dunkler. Endlich fiel ein Mondstrahl durch die Fensterscheiben auf die Gemälde an der Wand, und wie der helle Streif langsam weiter rückte, folgten die Augen des Mannes unwillkürlich. Nun trat er über ein kleines Bild in schlichtem schwarzen Rahmen. »Elisabeth«, sagte der Alte leise, »und, wie er das Wort gesprochen, war die Zeit verwandelt. Er war in seiner Jugend. Die Kinder«, bald trat die anmutige Gestalt eines kleinen Mädchens zu ihm. Sie hieß Elisabeth und mochte fünf Jahre zählen. Er selbst war doppelt so alt. Um den Hals trug sie ein rot-seidenes Tüchelchen. Das ließ ihr hübsch zu den braunen Augen. »Reinhard«, rief sie, »wir haben frei, frei, den ganzen Tag keine Schule und morgen auch nicht.« Reinhard stellte die Rechentafel, die er schon unterm Arm hatte, flink hinter die Haustür, und dann liefen beide Kinder durchs Haus in den Garten und durch die Gartenpforte hinaus auf die Wiese. Die unverhofften Ferien kamen ihnen herrlich zustande. Reinhard hatte hier mit Elisabeths Hilfe ein Haus aus Rasenstücken aufgeführt. Darin wollten sie die Sommerabende wohnen. Aber es fehlte noch die Bank. Nun ging er gleich an die Arbeit. Nägel, Hammer und die nötigen Bretter lagen schon bereit. Währenddessen ging Elisabeth an dem Wall entlang und sammelte den ringförmigen Samen der wilden Malwe in ihre Schürze. Davon wollte sie sich Ketten und Halsbänder machen. Und als Reinhard endlich trotz manches krumm geschlagenen Nagels seine Bank dennoch zustande gebracht hatte und nun wieder in die Sonne hinaustrat, ging sie schon weit davon am anderen Ende der Wiese. »Elisabeth«, rief er, »Elisabeth!« Und da kamen sie und ihre Locken flogen. »Komm«, sagte er, »nun ist unser Haus fertig. Du bist ja ganz heiß geworden. Komm herein, wir wollen uns auf die neue Bank setzen. Ich erzähl dir was.« Dann gingen sie beide hinein und setzten sich auf die neue Bank. Elisabeth nahm ihre Ringelchen aus der Schürze und zog sie auf lange Bindfäden. Reinhard fing an zu erzählen. »Es waren einmal drei Spinnfrauen.« »Ach«, sagte Elisabeth, »das weiß ich ja auswendig. Du musst auch nicht immer dasselbe erzählen.« Da musste Reinhard die Geschichte von den drei Spinnfrauen stecken lassen. Und stattdessen erzählte er die Geschichte von dem armen Mann, der in die Löwengrube geworfen war. »Nun war es Nacht«, sagte er, »weißt du?« Ganz Finstere und die Löwen schliefen. Mitunter aber gähnten sie im Schlaf und reckten die roten Zungen heraus. Dann schauderte der Mann und meinte, dass der Morgen komme. Da warf es um ihn her auf einmal einen hellen Schein und als er aufsah, stand ein Engel vor ihm. Der winkte ihm mit der Hand und ging dann gerade in die Felsen hinein. Elisabeth hatte aufmerksam zugehört. »Ein Engel?«, sagte sie. »Hatte er den Flügel?« »Es ist nur so eine Geschichte«, antwortete Reinhard. »Es gibt ja gar keine Engel.« »Oh, pfui, Reinhard!«, sagte sie und sah ihm starr ins Gesicht. Als er sie aber finster anblickte, fragte sie ihn zweifelnd. »Warum sagen Sie es denn immer? Mutter und Tante und auch in der Schule?« »Das weiß ich nicht«, antwortete er. »Aber du«, sagte Elisabeth, »gibt es denn auch keine Löwen?« »Löwen? Ob es Löwen gibt?« »In Indien. Da spannen die Götzenpriester sie vor den Wagen und fahren mit ihnen durch die Wüste. Wenn ich groß bin, will ich einmal selber hin. Da ist es viel tausendmal schöner als hier bei uns. Und da gibt es gar keinen Winter. Du musst auch mit mir. Willst du?« »Ja«, sagte Elisabeth, »aber Mutter muss dann auch mit und deine Mutter auch.« »Nein«, sagte Reinhard, »die sind dann zu alt, die können nicht mit.« »Ich darf aber nicht allein.« »Du sollst schon dürfen. Du wirst dann wirklich meine Frau. Und dann haben die anderen dir nichts zu befehlen. Aber meine Mutter wird weinen.« »Wir kommen ja wieder«, sagte Reinhard heftig. »Sag es nur gerade heraus. Willst du mit mir reisen?« »Sonst gehe ich allein. Und dann komme ich nimmer wieder.« »Der Kleinen kam das Weinen nahe.« »Ach, nur nicht so böse Augen«, sagte sie. »Ich will ja mit nach Indien.« Reinhard fasste sie mit ausgelassenen Freude bei beiden Händen und zog sie hinaus auf die Wiese. »Nach Indien, nach Indien«, sang er und schwenkte sich mit ihr im Kreise, dass ihr das Rottüchelchen vom Halse flog. Denn aber ließ er sie plötzlich los und sagte ernst. »Es wird doch nichts daraus werden. Du hast keine Courage.« »Elisabeth, Reinhard«, rief es jetzt von der Gartenpforte. »Hier, hier«, antworteten die Kinder und sprangen Hand in Hand nach Hause. Im Walde. So lebten die Kinder zusammen. Sie war ihm oft zu still, er war ihr oft zu heftig. Aber sie ließen deshalb nicht voneinander. Fast alle Freistunden teilten sie. Winters in den beschränkten Zimmern ihrer Mütter, Sommers in Busch und Feld. Als Elisabeth einmal in Reinhards Gegenwart von dem Schullehrer gescholten wurde, stieß er seine Tafel zornig auf den Tisch, um den Eifer des Mannes auf sich zu lenken. Es wurde nicht bemerkt. Aber Reinhardt verlor alle Aufmerksamkeit an den geografischen Vorträgen. Stattdessen verfasste er ein langes Gedicht. Darin verglich er sich selbst mit einem jungen Adler, den Schulmeister mit einer grauen Krähe. Elisabeth war die weiße Taube. Der Adler gelobte, an der grauen Krähe Rache zu nehmen, sobald ihm die Flügel gewachsen sein würden. Dem jungen Dichter standen die Tränen in den Augen. Er kam sich sehr erhaben vor. Als er nach Hause gekommen war, wusste er sich, einen Pergamentband mit vielen weißen Blättern zu verschaffen. Auf der ersten Seite schrieb er mit sorgsamer Hand sein erstes Gedicht. Bald darauf kam er in eine andere Schule. Hier schloss er manche neue Kameradschaft mit Knaben seines Alters. Aber sein Verkehr mit Elisabeth wurde dadurch nicht gestört. Von den Märchen, welche er ihr sonst erzählt und wiedererzählt hatte, fing er jetzt an, die, welche ihr am besten gefallen hatten, aufzuschreiben. Dabei wandelte ihn oft die Lust an, etwas von seinen eigenen Gedanken hineinzudichten. Aber er wusste nicht, weshalb. Er konnte immer nicht dazu gelangen. So schrieb er sie genau auf, wie er sie selber gehört hatte. Dann gab er die Blätter an Elisabeth, die sie in einem Schubfach ihrer Schatulle sorgfältig aufbewahrte. Und es gewährte ihm eine anmutige Befriedigung, wenn er sie mitunter abends diese Geschichten in seiner Gegenwart aus den von ihm geschriebenen Heften ihrer Mutter vorlesen hörte. Sieben Jahre waren vorüber. Reinhard sollte zu seiner weiteren Ausbildung die Stadt verlassen. Elisabeth konnte sich nicht in den Gedanken finden, dass es nun eine Zeit ganz ohne Reinhard geben werde. Es freute sie, als er eines Tages sagte, er werde, wie sonst, Märchen für sie aufschreiben. Er wolle sie ihr mit den Briefen an seine Mutter schicken. Sie müsse ihm dann wieder schreiben, wie sie ihr gefallen hätten. Die Abreise rückte heran. Vorher aber kamen noch manche Reim in den Pergamentband. Das allein war für Elisabeth ein Geheimnis, obgleich sie die Veranlassung zu dem ganzen Buche und zu den meisten Liedern war, welche nach und nach fast die Hälfte der weißen Blätter gefüllt hatten. Es war im Juni. Reinhard sollte am anderen Tage reisen. Nun wollte man noch einmal einen festlichen Tag zusammen begehen. Dazu wurde eine Landpartie nach einer der nahegelegenen Holzungen in größerer Gesellschaft veranstaltet. Der stundenlange Weg bis an den Saum des Waldes wurde zu Wagen zurückgelegt. Dann nahm man die Proviantkörbe herunter und marschierte weiter. Ein Tannengeholz musste zuerst durchwandert werden. Es war kühl und dämmerig und der Boden überall mit feinen Nadeln bestreut. Nach halbstündigem Wandern kam man aus dem Tannendunkel in eine frische Buchenwaldung. Hier war es Licht und Grün. Mitunter brach ein Sonnenstrahl durch die blätterreichen Zweige. Ein Eichkätzchen sprang über ihren Köpfen von Ast zu Ast. Auf einem Platze, über welchem uralte Buchen mit ihren Kronen zu einem durchsichtigen Laubgewölbe zusammenwuchsen, machte die Gesellschaft Halt. Elisabeths Mutter öffnete einen der Körbe. Ein alter Herr warf sich zum Proviantmeister auf. Alle um mich herum, ihr jungen Vögel, rief er, und merket genau, was ich euch zu sagen habe. Zum Frühstück erhält jetzt an jede von euch zwei trockene Wecken. Die Butter ist zu Hause geblieben, die Zukost müsst ihr euch selber suchen. Es stehen genug Erdbeeren im Walde, das heißt für den, der sie zu finden weiß. Wer ungeschickt ist, muss sein Brot trocken essen. So geht es überall im Leben. Habt ihr meine Rede begriffen? Jawohl, riefen die Jungen. Ja, seht, sagte der Alte, sie ist aber noch nicht zu Ende. Wir Alten haben uns im Leben schon genug umhergetrieben. Darum bleiben wir jetzt zu Hause. Das heißt, hier unter diesen breiten Bäumen und schälen die Kartoffeln und machen Feuer und rüsten die Tafel. und wenn die Uhr zwölf ist, sollen auch die Eier gekocht werden. Dafür seid ihr uns von euren Erdbeeren die Hälfte schuldig, damit wir auch einen Nachtisch servieren können. Und nun geht nach Ost und West und seid ehrlich. Die Jungen machten allerlei schämische Gesichter. Halt, rief der Alte noch einmal, das brauche ich euch wohl nicht zu sagen. Wer keine findet, braucht auch keine abzuliefern. Aber das schreibt euch wohl hinter eure feinen Ohren. Von uns Alten bekommt ihr auch nichts. Und nun habt ihr für diesen Tag gute Lehren genug. Wenn ihr nun noch Erdbeeren dazu habt, so werdet ihr für heute schon durchs Leben kommen. Die Jungen waren derselben Meinung und begannen sich paarweise auf die Fahrt zu machen. Komm, Elisabeth.